Ihr habt ihn schon vermisst und heute haben wir ihn hier im Altheir-Podcast. Severin am Start. Wir machen heute eine Sprechstunde Revival. Heute mal so zu den ersten zweieinhalb Monaten des Jahres. Was waren die Top-Highlights? Severin, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Was hat dich dieses Jahr bisher gepackt in der Uhrenindustrie? Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Mal wieder nach langer Zeit. Und wir gehen ja direkt steil rein in die Thematik. Und wenn du mich jetzt so ad hoc fragst und mich kalt erwischst, was hat mich am meisten gepackt, muss ich sagen, es ist die weiße Omega Speedmaster. Ja, das hat mich nicht überrascht, ehrlicherweise. Die hat ja den überrascht. Was hat dich da am meisten begeistert oder was gefällt dir am meisten? Ist sie jetzt auf deine Shortlist gekommen? Also ich muss sagen, was mich, es war ja so, wie du schon meintest, es war wenig überraschend, wenn man ehrlich ist. Ja, ich meine, Daniel Craig hat das Ding halt nicht umsonst getragen und nicht umsonst seine Hemdmanschette und seinen Anzugärmel so da hochgezogen, dass man das halt fotografieren und sehen konnte und da so ein bisschen das Feuer geschürt. Das fand ich an sich einfach ein kalkulierter Promoruf natürlich, aber ich finde sowas halt irgendwie immer ganz cool, ganz sympathisch. Und auch, dass das Ding nicht direkt danach gedroppt ist, sondern dann halt irgendwie dann doch so bis ins gute erste Quartal des Jahres 24 so ein bisschen mitgezogen wurde. Das fand ich eigentlich so von der Grundidee, der Promo fand ich cool. Und ja, ich muss einfach sagen, dass die Moonwatch jetzt in weiß zu bringen, für mein Befinden einfach ein sehr, sehr schlüssiger Move ist von Omega, weil bisweilen ja Speedys mit weißem Zifferblatt immer sehr, sehr exklusive Uhren waren und ich jetzt sehr, sehr happy bin, dass die Teil der Kernkollektion geworden ist. Man also quasi als Speedy-Enthusiast sagen kann, hey, habe ich Bock auf was Schwarzes, habe ich Bock auf was Weiß. Es sind ja quasi auch so zwei sehr, sehr, ja, basede Farben, wo du halt wirklich eigentlich jeden Geschmack mit abholen kannst. Es ist nichts außergewöhnlich Wildes, aber dass man jetzt einfach zwei Varianten in der Kernkollektion zur Auswahl hat, finde ich einfach super gut. Leute, die halt noch true to history, die richtige schwarzen Moonwatch wollen, können das gerne haben und jemand, der es halt ein bisschen frischer, sportlicher, spritziger, jünger mag, der kann jetzt guten Gewissens auch zu einem, ja, vernünftigen Listenpreis halt jetzt auch eine weiße Speedmaster bekommen und das gefällt mir sehr gut. Wäre das was für dich? Wäre eher die weiße was als die schwarze für dich? Also ich hatte die weiße bisweilen noch nicht am Arm. Ich war vergangenes Wochenende in München und da ist die Stadt ja mit einer Omega-Boutique gesegnet und ich war interessanterweise vorher bei Blancpain, einzige Blancpain-Boutique ja auch in Deutschland, habe mit den Kollegen gequatscht und habe ein sehr, sehr gutes Gespräch dort gehabt an der Stelle, auch viele Grüße und dann habe ich mit denen auch über die neue Speedmaster gesprochen, witzigerweise und die haben für mich dann nebenan in der Boutique angerufen und meinten, hey, wir haben hier einen netten Menschen, kann der mal vorbeikommen und die anprobieren und dann haben die gesagt, es kann heute keiner mehr vorbeikommen und die Speedy anprobieren, weil die Leute Schlange stehen im Laden, einfach nur um das Ding anzulegen und sie haben nur eine einzige da und dann kannte ich natürlich jetzt nicht First-Hand-Erfahrung sammeln, aber alleine von den Bildern muss ich sagen, gefällt sie mir besser als die Schwarze und das muss ich auch wirklich mit dem kleinen Grain of Salt, wie man so schön sagt, sagen, dass ich eigentlich kein Chronographentyp bin und die schwarze Speedmaster an meinem Arm immer so ein klein bisschen, hat mir einfach persönlich nie so gut gefallen, ich fand, die stand mir nicht so gut, aber dadurch, dass die neue Weiße jetzt irgendwie, die wirkt nicht so gedrungen für mich, die öffnet dieses ja doch sehr, sehr, ich weiß nicht genau, wie ich es am besten formuliere, ich finde, das Gehäuse der Speedmaster mit der Asymmetrie, die sie im Gehäuse hat, das gibt der Uhr schon per se nicht so viel Platz zum Atmen, wenn das irgendwie Sinn ergibt, ja, und das schwarze Zifferblatt macht das Ganze natürlich noch so ein klein bisschen kompakter und ich finde, durch das weiße Zifferblatt hat die Uhr so, die kann jetzt mal so richtig Luft holen und das macht mich, das finde ich sehr, sehr schön und deswegen ist sie auf jeden Fall was, was ich mir mal näher angucken werde. Sie hat mehr Präsenz, definitiv, sie ist auffälliger, sie ist weniger toolig, sie ist, ja, ein bisschen, ja, die eher mehr einen Blick fangen wahrscheinlich auch durch das Lackzifferblatt, aber grundsätzlich, wenn du dir die Uhr anguckst, hättest du irgendwas anders gemacht an der Uhr? Ich hätte eventuell, glaube ich, den kompletten zentralen Chronographen-Sekundenzeiger rot gemacht und nicht nur dessen Spitze, ich glaube, das wäre eine ganz coole Sache gewesen, aber ich bin persönlich halt auch großer Fan zum Beispiel von der Speedy Alaska Project, ja, die halt sehr auch mit den roten Akzenten halt auch spielt. Wegen mir hätte man den ganzen zentralen Chronographen-Sekundenzeiger rot machen können, aber per se bin ich mit der Uhr und deren Umsetzung wirklich sehr, sehr zufrieden. Mir gefällt eigentlich fast alles an der Uhr, wenn ich gerade so drüber nachdenke und das, was mir eventuell nicht gefällt, kann ich noch nicht beurteilen, einfach weil ich sie noch nicht live gesehen habe. Ich würde auch sagen, auf Bildern ist es für mich wahrscheinlich die gelungenste weiße Speedmaster, die sie bisher gelauncht haben, aber ja, wir warten ab, was da noch kommt. Für die von euch, die sagen, hey, uns fehlt der Severin, vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, aber bei uns im Alter-Magazin gibt es mittlerweile ein neues Format und der Sekundenstopp, der früher, ich sage mal, im Postfach gelandet ist, das war ja, wir haben ja als E-Mail angefangen, ich glaube, 82 Episoden lang ging unser Run. Jetzt haben wir den Alter Sekundenstopp Uhren-News im Live-Ticker als eigenes Format bei uns auf der Webseite. Schaut da gerne vorbei, da der Severin ist, sobald er eine News hört, ist er sofort dabei und schlägt direkt zu. Hier haben wir zum Beispiel die neuen Psychos, hier sehe ich übrigens gerade, ist das Datum verkehrt, müssen wir nochmal nachtragen, die neue Psycho-Prospex-Eritage-Diver, wir haben hier eine Fortis-Marine-Master, das hast du alles gestern gemacht, sehe ich gerade, ne? Genau, genau. Die haben wir gestern nachgetragen und sobald er selber irgendwas sieht und sagt, okay, das muss ich mit der Community teilen, könnt ihr hier die kurzen News dazu finden und dann wird es im Zweifel, geht es dann, schickt er euch dann zu einem Beitrag bei uns oder zu den Produkten bei uns oder wenn wir weder noch haben, dann eben zu den Produkten beim Hersteller, Beispiel hier bei der Erweiterung der Audemars Piguet Royal Oak Kollektion, die haben wir ja leider nicht im Angebot, da schickt ihr euch dann zu Audemars Piguet, aber hier ist auch die weiße Speedmaster und, und, und. Schaut hier auf jeden Fall regelmäßig vorbei, ich weiß, dass viele aus der Community diese Seite auch schon gebookmarkt haben, das ist so Morgenroutine oder wenn ich abends vorm Schlafen gehe, gehe ich nochmal kurz durch die News-Kanäle und dann ist das der Kanal, wo du einfach direkt weißt, okay, ist was gekommen, ist nichts, cooles Format, Severin, wie gefällt dir das, ist das, wie würdest du das noch beschreiben? Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Worte und das mit den Bookmarks aus der Community, das wusste ich tatsächlich gar nicht, das freut mich gerade sehr, das zu hören, aber das erklärt natürlich auch die doch relativ vielen Likes oben auf der Website für den Beitrag, den ich so, die ich gerade eben auch gesehen habe. Ja, ich muss ja sagen, da geht auch ein ganz großer Dank an der Stelle auch an dich, lieber Benedikt, und auch an die Sina, weil wir ja gemeinsam echt über einige Monate daran getüftelt haben, wie können wir in Angesicht des großen Umbruchs, der ja in meinem Leben jetzt stattfindet, Studium abgeschlossen, jetzt geht es in den Beruf etc. pp., ich will natürlich trotzdem meinen Bezug zu Uhren und insbesondere zu Alther nicht verlieren, wie kann ich mit der Community trotzdem verbunden bleiben, einen Mehrwert bieten und euch auf dem Laufenden halten mit News und Updates aus der Uhrenindustrie, ohne halt, so wie in den alten Sekundenstopp, Ausgaben der Fall, ja so viel Zeit im Prinzip in das Schreiben sehr, sehr langer und aufwendiger Beiträge stecken zu müssen und dann haben wir uns auf so ein Live-Ticker-Format geeinigt, weil wir ja inzwischen in der Redaktion ein sehr, sehr großes Team von sehr, sehr vielen ambitionierten und guten Schreibern haben, die sowieso Beiträge zu Uhren verfassen und dann gebe ich euch einfach die kurzen, präzisen Informationen, hinterlege die Beiträge der Kolleginnen und Kollegen und so könnt ihr nach wie vor auf dem Laufenden bleiben, was News aus der Uhrenindustrie anbelangt und ihr habt es eben schon gesehen, ich diskriminiere da nicht, Uhren aus unserem Portfolio, Uhren, die wir nicht führen, Marken, die wir vielleicht irgendwann mal führen, ihr findet alles auf jeden Fall bei uns und ich freue mich, dass ich euch da auch erhalten bleiben kann, es macht mir nämlich sehr viel Spaß. Natürlich super wichtig, vor allem, wenn ihr das jetzt noch nicht gebookmarkt habt, wir verlinken euch das natürlich gerne in der Videobeschreibung und in den Shownotes, tut das gerne, insbesondere mit Blick auf Watches and Wonders, der Countdown läuft weniger als einen Monat, dann brennt dieser Live-Ticker tagtäglich und auch das ganze Magazin wird da, wir werden da ein richtiges Feuerwerk abfackeln, aber heute soll es ja darum gehen, dass wir auch über das sprechen, was bisher schon gelaufen ist, jetzt haben wir mit der weißen Speedmaster angefangen, das liegt auf der Hand, ich denke, der hat jeder relativ gut jetzt schon gesehen, andere Themen, die dieses Jahr gekommen sind, ich sag mal, die ein bisschen ab vom Mainstream sind, wo ich persönlich drauf gucken würde, eine Uhr, die mir sehr gut gefallen hat, war eine Neuvorstellung von Zertina, die DS Action GMT Kollektion, und diese Uhren, die sind mit Sicherheit, also ich glaube, Zertina ist ja aus der Swatch Group und hat sich da so ein bisschen eine Scheibe abgeschnitten von dem Playbook, was auch andere Marken aus der Gruppe machen, allen voran meines Erachtens Mido, denn Ocean Star Kollektion, Ocean Star GMT, nicht zuletzt in einer ähnlichen Farbgebung, sogar die Alte Limited Edition gewesen, einfach Taucheruhren mit GMT-Funktion, DS Action Diver, sowieso eine super Uhr mit Powermatic 80 drin, hier noch ein GMT-Modul draufgepackt, erzähl mal, hat die dich, wie hast du die hier wahrgenommen, die DS Action GMT Powermatic 80? Also die hat mir sehr, sehr gut gefallen, die ist mir natürlich auch direkt ins Auge gesprungen, was kein Wunder ist bei dieser klasse Farbgebung, ich habe sehr gemocht an der Uhr, dass die das Grün, nochmal so ein klein bisschen anders interpretiert, als viele andere Hersteller das tun, viele sind da ja so in diesem subtileren Grünbereich unterwegs und hier ist es wirklich, man könnte fast schon sagen, ein sehr, sehr giftiger Grünton, es ist ja fast so ein bisschen Neon, was einen da so anstrahlt, das ist sehr auffällig, sehr, sehr schöne Farbakzente mit dem GMT-Zeiger und dem GMT-Schriftzug und das ist halt genau so, wie du sagst, Zertina war und ist ja schon immer eine Uhr gewesen, die eine sehr, sehr hohe Strahlkraft hat, gerade im Bereich für die Leute, die auf der Suche sind nach ihrer ersten Luxusuhr. Zertina baut super, super gute Uhren zu einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis, hat eine Menge Power halt im Rücken, eine Menge Knowledge im Rücken und da war halt diese Uhr jetzt eine, die das Portfolio echt, finde ich, sehr, sehr gekonnt abgerundet hat. Es gab ja vorher schon GMT-DS-Action-Divers, soweit ich das richtig weiß, die waren allerdings vom Aufbau, vom Layout und vom Design doch ziemlich anders, hatten eine reguläre Taucher-Lünette und das GMT, die GMT-Skala, glaube ich, auf dem Reho und jetzt das ganze Ding quasi aufziehen in der beliebten Ausführung, 24-Stunden-Skala auf die Lünette und eine richtig schöne, prominente Farbgebung, das gibt dem Ganzen echt einen tollen Touch und ich glaube, die ist ein heißer Kandidat bei vielen Leuten für eine ideale Sommeruhr, ehrlicherweise. Reisen und Tauchen, ja, da muss man nicht viel zu sagen. Reisen und Tauchen, das ist Schweizer Uhr mit PowerMedic 80, unter 1200 Euro, das kriegst du eigentlich nur in der Swatch Group, so in der Konstellation und Zertina reiht sich da eben komplett ein, weil nicht nur Mido mit der Ocean Star GMT, sondern auch Longin hat letztes Jahr die Hydro Conquest GMT wieder gebracht, oder gebracht, ich glaube, erstmalig, also Taucher und GMT ist definitiv häufig gesehen und funktioniert gut. Kurzer Wrist-Check bei dir, was ist eigentlich heute bei dir dran? Letztes Mal hatten wir eine Apple Watch mit dem Podcast. Ja, genau, habe ich mich auch ein bisschen geschämt, nein, Spaß beiseite, aber ich habe jetzt heute gedacht, also ihr seht es schon, ich sitze hier im T-Shirt, die Sonne scheint mir entgegen durchs Fenster und da ist die Oris Arquis Date an meinem Arm, eine Uhr, die ich nach wie vor innig liebe und mit dem, ja, Taucherstil, den wir ja gerade besprochen haben, auch sehr, sehr gut daherkommt. Klasse Uhr, nach wie vor auch eine meiner liebsten Uhren. Bei dir? Bei mir? Jetzt wechselt Spaß, spieß um. Ich habe letzte Woche Freitag im Livestream auch gebeichtet, dass ich mir jetzt auch eine Sportuhr gekauft habe mit einer Garmin und wir haben auch im Vorfeld gesprochen, wir trainieren aktuell beide für einen Halbmarathon und ich bin heute Morgen eher im Trainingsmodus, sagen wir es mal so, als im mechanischen Uhrenmodus und dachte dann, ja, zum Podcast. Solange ich es nicht forciere, passiert auch kein Wristcheck, aber jetzt ist es passiert, habe ich die mechanischen Uhren im Safe gelassen, aber ja, das ist heute am Handgelenk. Schäme ich mich auch gar nicht für, denn es hat was mit der Gesundheit zu tun. Ich zahle die wirklich nur für die Gesundheit. Es ersetzt natürlich eine mechanische Uhr am Handgelenk nicht. Ich denke, du fühlst dich jetzt auch anders mit der Oris am Handgelenk als mit einer Apple Watch. Das ist so. Zumal du die Oris nicht laden musst das letzte Nacht. Nee, das stimmt. Das ist definitiv so und ich muss auch wirklich ein bisschen zu meiner Schande gestehen, ich bin halt auch ein bisschen ein Technik-Nerd und als ich die Apple Watch jetzt neu hatte, ich habe die jetzt seit einem halben Jahr, hat es mir natürlich auch Spaß gemacht, damit so rumzufummeln und so weiter, aber wenn ich jetzt, jetzt habe ich mir ein Bandlied rausnehmen lassen, weil die mir ein bisschen zu groß war noch, ein bisschen abgenommen in den letzten Monaten und jetzt passt die mir wieder wie angegossen und seitdem ich sie halt gekürzt jetzt wieder am Arm hatte, kommt sie tatsächlich auch nicht mehr runter und hat in den letzten anderthalb Wochen die Apple Watch auch wirklich verdrängt. Die trage ich jetzt nur noch zum Sport und ansonsten im Alltag wieder mechanisch. Genau so soll es doch sein. Eine andere Marke, die genau das Kontrastprogramm zu dem ist, was Sportuhren mit sich bringen, ist natürlich Grand Seiko und wir haben mit einem der beliebteren Gehäuse-Designs, mit dem 62GS-Gehäuse in der Sakura-Kollektion neue Vorstellungen bekommen und zwar in kleineren Größen. Grundsätzlich ein Trend, den wir weiter beobachten, dass die Marken kleinere Größen bringen. Ich sag mal, Tudor hat vor ein paar Jahren mit der Black Bear 58 schon die 39mm Durchmesser bei Taucheruhren ausgerufen und jetzt im letzten Jahr mit 37mm nachgelegt. Und ich glaube auch, dass diese 38 hier in dem 62GS-Gehäuse, denn die Schunbun war der Vorgänger im größeren Titan-Gehäuse und jetzt hier in den 38mm. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Sakura-Kollektion hier gut einschlägt, oder? Das teile ich. Ja, das teile ich auf jeden Fall. Auch ein sehr, sehr gut platzierter Release, passend quasi zum Start des Frühlings, zum Allmächlichen. Zwei sehr, sehr schöne Zifferblattfarben lanciert, die so floralistisch aufgegriffen in den Zifferblättern. Sehr subtil, wenn man hier mal auf das Grün schaut, was ganz anderes als eben zum Beispiel ja bei der Zertina. Wenig in your face, sehr, sehr subtil, sehr, sehr zart, filigran. Ich bin selber großer Freund von den 62GS-Gehäusen. Finde ich sehen sehr, sehr gut aus und die kleinere Größe steht der Uhr hervorragend. Und ich würde sagen, es ist eigentlich ja eine ideale Partneruhr, könnte man sagen. 38mm ist also sehr, sehr verträgliche Unisex-Größe mit Grün und Rosa vielleicht für sie und ihn was dabei. Und ich finde sie in der Kombination wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Und mit einem Titan-Gehäuse trägt sie sich dann noch leichter. Genau. Ich weiß nicht, ich finde, wenn Grand Seiko noch ein bisschen mehr Taper, ein bisschen mehr Verjüngung am Armband hätte, dann wären die noch ein bisschen schmuckiger. Die haben immer noch so ein bisschen ein sehr robustes, sehr sportliches Everyday-Tragegefühl. Aber ich glaube, dass das als Partneruhr ganz gut gehen könnte, glaube ich auch. Und die Farben sind auch Unisex. Also das Rosé würde man, inspiriert von der Kirschblüte auf dem See, würde man eher sagen, ist sogar eine feministische, eine weibliche Farbe. Aber ist es nicht. Also wir sehen das auch bei dem großen Schwestermodell. Das ist der Topseller bei Grand Seiko. Weil das ist natürlich auf den Renderings oder auf diesen Bildern hat das diesen Rosé-Touch. Aber das ist im Alltag nicht so. Im Alltag hast du da teilweise ein weißes Blatt, teilweise ein... Ja, und dann teilweise schimmert so ein bisschen dieses Rot und dieses Rosé durch. Das ist extrem klasse gemacht und zudem hast du natürlich da eine... Das ist jetzt keine überaus feminine Uhr meines Erachtens, aber es ist einfach mutig und auch schön und sieht man auch nicht so häufig. Jetzt haben sie gerade die Pink Snowflake nachgelegt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich glaube, wir hatten da noch keinen Sekundenstopp-Beitrag zu. Aber da... Die gehen da mehr in diese Richtung, weil sie halt auch sehen, das hat bei der Schunenbohn gut funktioniert aus den vier Jahreszeiten. Plus hier ist jeweils ein Highbeat-Kaliber drin. Nicht das neue, aber das neuen S8-5. Und das sind absolute Kracherwerke. Also auch da ein Highbeat von Grand Seiko minus drei plus fünf Sekunden pro Tag. Das sind einfach hohe Frequenzen. Das sind einfach High-End-Uhren. Grand Seiko sind einfach High-End-Uhren. Ja, da gibt es absolut nichts zu bestreiten. Und ich bin da ganz deiner Meinung, wenn man Rosinen picken möchte bei Grand Seiko, dann ist es allenfalls halt wirklich die wahrgenommene Eleganz des Armbandes oder der Armbänder. Aber ansonsten, das ist ja schon klar, auf sehr, sehr hohem Niveau, weil die Bänder ja wirklich solide sind und gute, gute Armbänder. Sie verjüngen sich halt nicht, aber das haben andere Modelle auch. Ich denke da an die S&P 300, die hat auch kein sich verjüngendes Stahlband. Und das tut aber der Gesamtfaszination und der Leistung und den PS, die Grand Seiko da auf die Straße bringt, finde ich überhaupt keinen Abbruch. Super gut. Und ja, ich bin ja ehrlich mit dir, ich hätte ja gedacht, irgendwann, ich meine, ich verfolge jetzt auch seit meiner Zeit bei Alter ja Grand Seiko relativ intensiv. Wir haben ja das Privileg, auch konzessionär für Grand Seiko schon mehr oder weniger seit der ersten Stunde zu sein. Ich hätte gedacht, irgendwann hat man nicht mehr so wirklich Lust auf diese naturmetaphorischen Zifferblätter, aber ich muss sagen, sie hauen wirklich immer wieder einen raus und können mich auch immer wieder gut abholen damit. Ja, und es ist nicht repetitiv. Ich finde, also vielleicht bei der Birke, da hat die weiße Birke mit der Art und Weise, wie das Zifferblatt umgesetzt wurde, das sucht ihresgleichen. Also das Einzige, was da vielleicht irgendwie ein bisschen vom Style herankommt, sind so Meteoriten-Zifferblätter, aber es ist nicht das, es ist was ganz anderes. Da haben sie dann die weiße Birke und dann, glaube ich, noch eine grüne Birke gebracht. Die schwarze Birke. Genau, die schwarze Birke, die weiße und die grüne. Also Birken haben wir jetzt wahrscheinlich an dem Zeitpunkt dann auch genug gesehen, aber dann geht es auch weiter. Also dann übernehmen sie andere Techniken, bringen andere Farben rein, Snowflake jetzt mit einem leichten pinken Zifferblatt, weil sie dann das Morgenrot am Berg nimmst und Japan als, ja am Ende sind sie ja auch irgendwo Botschafter der japanischen Natur und das finde ich cool, weil diese Insel oder Inselgruppe Japan hat einfach auch unfassbar viel zu bieten mit verschiedenen Klima, Bergen, Seen, Flüsse, auch Pflanzen und Jahreszeiten, dann fällt nicht nur die Natur, sondern also nicht nur die Vegetation oder so mit rein, sondern dann fallen halt immer noch die anderen Tageszeiten, die anderen Jahreszeiten. Das ist schon, das bringt schon ein Gefühl mit sich und dabei immer in perfekter Umsetzung, was Uhrwerk angeht, was Gehäuse angeht, was Politur angeht und ja, wir klagen da gerne auf hohem Niveau, denn wir sind ja auch, wir sind ja auch Deutsche, wer wären wir denn, wenn wir uns zufrieden geben würden mit dem Armband, so wie es heute ist, wir müssen ja auch immer gucken, wo kann es noch besser werden und ich bin mir sicher, dass wir diesen Tag erleben werden, wo Grand Seiko ein neues Armband bringt und alle sagen, okay, jetzt, jetzt Grand Seiko, jetzt seid ihr da. Auf jeden Fall. Und dann müssen nur noch die Leute mitziehen, die sagen, aber da steht doch Seiko auf dem Ziffernblatt. oder die dann sich beschweren über die nach wie vor gebohrten Hörner oder so, aber vielleicht, ja, da gibt es natürlich immer die Pickerei und es wird immer Leute geben, die man nicht 100% zufriedenstellen kann, aber ich glaube, Grand Seiko, die sind schon so bei 95%, würde ich sagen. Du hattest gestern zwei Uhren vorgestellt vom Mutterkonzern und du bist ja da Agnostiker, das heißt, es müssen nicht nur Marken sein, die bei uns im Portfolio sind, sondern auch teilweise bei uns waren, Seiko war bei uns im Portfolio, Presage und auch hier, das ist doch das 42MAS, nee, 62MAS-Gehäuse, erkennt man doch sofort wieder. Erzähl mal, was waren das hier für Releases, welcher gefällt dir hier besser? Also, ich bin ja ein alter Taucheruhrenfreund und deswegen bin ich natürlich auf der Seite der Prospects und ich habe diese Uhr jetzt als Symbolbild dort genommen, weil es natürlich so rein optisch die aufregendste ist, wäre jetzt allerdings nicht mein persönlicher Pick. Ich würde auf die blaue Variante gehen. Ich glaube, wenn du auf den Link klickst zu den Uhren bei Seiko, dann sind die auch direkt, das ist jetzt die schwarze da oben, genau, die zu sehen ist für die Leute, die uns nur hören. Benedikt ist gerade auf der offiziellen Seiko Website, wo wir uns die Modelle ein bisschen detaillierter betrachten können und ja, da kommt die blaue ins Bild und da muss ich wirklich sagen, da gefällt mir der Ton, das Blau der Lunette gefällt mir ausgesprochen gut und das erinnert mich sehr an das Blau, der blauen Black Bay 58, wenn du weißt, was ich meine. Dieses, diese, dieser, ja, tiefe Blauton, aber doch so ein bisschen samtig, sehr schön eingefangen mit einem tollen Sonnenschliff, sieht fantastisch aus und wie gesagt, in drei Ausführungen nur jetzt erhältlich. Wir haben eine Blau auf Blau, Schwarz auf Schwarz und halt im Prinzip eine Special Edition mit Atrazit-Graum, Zifferblatt und Lunette mit so samtgoldigen Akzenten, das ist diese, die du gerade ins Bild geholt hast, sehen wirklich toll aus. Die Vorgängermodelle waren auch schon super und jetzt hier mit 40 Millimetern haben sie laut eigenen Angaben die Gangreserve erhöht, die Wasserdichtigkeit erhöht und ein bisschen das Layout des Zifferblatts überarbeitet für eine verbesserte Ablesbarkeit und da bleiben wenig Wünsche offen, wenn ich mir das Ding so angucke. Das ist schon ein sehr, sehr kompletter Diver, der mir richtig gut gefällt auch. Für mich die schönste Tafel-Uhr aus dem Seiko-Sortiment, dieses 62-MAS-Gehäuse, das ist am nächsten an Ikone dran aus dem Hause Seiko. Für die, die es jetzt nur hören, Seiko hat aber ein halb fünf Datumsfenster eingebaut, was ziemlich dezent ist. Es ist rund und die Zahl steht quasi horizontal, auch wie auf so einem Horizont. Also sie guckt dich gerade an, sie ist nicht schief zu lesen, sondern sie ist schön gerade, guckt dich perfekt an, perfekt lesbar. Hätte es da nicht getan, das wie beim Original aus 1965 auf drei Uhr zu tun? Was hast du da für eine Meinung? Also bin ich prinzipiell absolut deiner Meinung. Du hast jetzt nur hier gerade wirklich auch das perfekte Wild geöffnet, die Uhr von 1965 mit der von 2024 wirklich im direkten Vergleich gegenübergestellt. Und wenn ich ehrlich mit dir bin, finde ich die aktuelle Variante optisch symmetrischer. Obwohl wir ein asymmetrisches Datum haben unten auf 4.30 Uhr. Es ist so gut umgesetzt, es ist so subtil, es ist so klein. Wenn du den Blick nur schweifen lässt über die Uhr, würdest du sagen, es ist eine No-Date. Und ich persönlich bin großer Freund von, ich meine, ich trage jetzt leider, leider, gerade eine Taucherung mit Datum am Arm, aber ich bin großer Freund von Uhren ohne Datum, insbesondere dann, wenn sie wirklich Toolwatch-Charakter haben, weil die Dinger, also ich finde für mich ist das so der Inbegriff von einer sportlichen Taucheruhr, wenn sie wirklich nur Taucheruhr ist und kein Datum auf dem Zifferblatt hat. Mag eine Einzelmeinung sein, ist aber so ein bisschen das, was mich immer sehr abholen kann, wenn in Zeiten, viele Leute sagen, das Datum ist unverzichtbar, kann ich prinzipiell auch hinterstehen, aber deswegen finde ich es immer umso cooler, wenn es auch so sehr, sehr minimalistische, puristische Uhren gibt, Taucheruhren insbesondere und die finde ich, sieht da wirklich sehr, sehr gut aus. Tut sie. Also es ist eine super schöne Uhr und ja, für wahrscheinlich einer der Taucheruhren, ich meine 1965 war dann ein bisschen spät zur Party, sag ich mal, in der Schweiz wurde in den 50er Jahren, Anfang, Mitte der 50er Jahre, wurden da schon Taucheruhren gebaut. Ich weiß gar nicht, war das die erste Taucheruhr von Seiko? Das ist eine gute Frage, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Alles gut, alles gut. Also, die auf jeden Fall wieder gebracht, hat mir in der Vergangenheit schon gut gefallen, aber jetzt eben nochmal in einem auch kleineren Gehäuse habe ich rausgehört, 40 Millimeter. Genau, sie ist 40 Millimeter. Also ziemlich auch, für mein Befinden, sehr, sehr schöne, gute Proportionen. Sweet Spot. Sweet Spot. Und dann hatten sie, Seiko hat ja nicht nur sportliche Uhren, sondern die haben auch eine sehr, sehr schicke Linie, wo ich sagen würde, da ist so, da hat sich teilweise die Heritage-Kollektion von Grand Seiko hat da eine Seite aus dem Buch genommen teilweise. Das ist dann hier die Präsage. Japanische Seide ist hier das Thema, ja? Genau, genau. Und was ich an denen so toll finde, und das ist halt auch wirklich was, worüber, also wo man dem großen Seiko-Konzern einfach Tribut und Respekt zollen muss, man muss für ein schön verarbeitetes Zifferblatt nicht Grand Seiko-Preise bezahlen, im Zweifel, wenn man das nicht möchte. Wir haben es bei der Cocktail-Time aus derselben Kollektion schon gesehen, dass wir wirklich tolle Zifferblätter bekommen können und jetzt haben wir hier, du hast es eben schon angemerkt, inspiriert an japanischer Seide, wirklich richtig schöne Zifferblätter für diejenigen, die es nur hören. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich, samtig gekörnt, will ich mal sagen, und zwar nicht nur im Prinzip, dass sie aussehen wie Sandgestrahl, sondern sie haben wirklich eine Textur, sie haben eine Tiefe, sie haben eine Plastizität, echt toll, applizierte Indizes, ein schönes eingelassenes Datumsfenster mit so einer kleinen Phase, es sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus und was ich da so hervorhebenswert finde, weswegen ich sie auch im Sekundenstopp habe erscheinen lassen, ist, dass sich im Prinzip auch Seiko in seinen Einsteiger- Uhrenlinien der japanischen Kultur verpflichtet fühlt, die quasi in die Welt zu tragen. Ja, du hast es vorhin schon gesagt, die Uhrmacherkunst und das, was Grand Seiko mit den Uhren transportiert, das ist ja im Prinzip ein japanisches Exportgut, du verbindest mit diesem Produkt, oder du füllst das Produkt, du belebst das Produkt mit der japanischen Kultur, mit dem japanischen Sinn für Ästhetik, mit der japanischen Heritage und vereinst das quasi, bündelst das in eine Armbanduhr und machst das Leuten zugänglich, die vorher vielleicht überhaupt keine Berührungspunkte damit hatten, wie viele Leute aus unserer Community wissen inzwischen über Kirschblüten aus Japan, Berge, Seen, verschiedene Jahreszeiten, wo man vorher überhaupt keine Berührungspunkte mit hatte, einfach bei Grand Seiko das so schön transportiert und jetzt transportiert Seiko das mit ihren Einsteigermodellen halt auch ebenso schön, begonnen mit der Cocktail-Time von vor einigen Jahren bis halt jetzt zu denen, die sich an japanischer Seide inspirieren, finde ich sehr, sehr schön und der Community und der Vielfalt sehr zuträglich. Absolut, also Seiko macht da einen bomben Job und die Textur hier mit Textur zu arbeiten, vielleicht haben sie sich auch ja dann wieder ein bisschen zurückgelernt von Grand Seiko, haben sich was zurückgeholt, geguckt, was funktioniert da und sich dann hier auch inspirieren lassen und eben mit solchen Strukturen halten sich wahrscheinlich dann schon eher fern von Natur und achten dann eben auf andere Themen wie zum Beispiel Seide. Gibt es in drei verschiedenen Varianten hier, in diesem hellen Cremefarbenen, würde ich sagen, auf der linken Seite hier, dann was dunklen, in einem dunklen Ton und dann ein, ich würde sagen, hautfarbenes, leicht orange, rosé anmutendes Design und was ich noch hervorheben möchte, ist noch das Armband, was auch sehr, sehr schön ist. Ich sage mal, ja, viele würden hier wahrscheinlich sagen, die Seiko Variante eines Jubilee Armbands. Es ist ein sehr, sehr feinmaschiges, sie sagen, hier ist es eins aus den 70er Jahren inspiriert, komfortables Tragegefühl am Handgelenk, bequem verbesserte Ästhetik, sieht auf jeden Fall bequem aus, muss ich wirklich sagen und zudem auch echt schick. Also ist eine sehr schmuckige Uhr und genau das Kontrastprogramm zu dem, was uns die 62 MAS geboten hat. Auf jeden Fall und auch wieder typisch typisch Seiko, sehr endkonsumentenfreundlich, wirklich bis zum letzten Glied kannst du jedes Bandglied rausnehmen, die haben überall im Prinzip zugängliche Stifte, das heißt, da findet jeder auch den optimalen Fit. Ich finde auch die Gehäuseform wirklich sehr, sehr schön von der Pressage-Linie, gefällt mir sehr gut, ist eine tolle Auswahl, die Krone schön eingelassen, da auf dem Bild, was du gerade offen hast, finde ich, sieht man das sehr, sehr schön, diese leichte bauchige Flanke, wo dann diese, ja, ein bisschen konische Krone sehr, sehr schön integriert, ja, dort platziert wurde, gefällt mir sehr, sehr gut, ja, schönes, schöner Release. Bevor wir uns weiter über die Neuvorstellungen unterhalten, vielleicht einmal der Aufruf hier, abonniert gerne den Kanal, ob auf Spotify oder hier auf YouTube, es wird uns helfen, lasst gerne einen Daumen hier, wenn ihr den Severin noch häufiger sehen wollt und wir vor allem, ich habe schon gesagt, wahrscheinlich nach Watches and Wonders sollten wir auf jeden Fall nochmal so einen Roundup machen und nochmal drüber sprechen, was dann gekommen ist, weil dann ist ja schon nochmal einiges passiert, ein bisschen Gesprächsbedarf, ihr merkt, heute sind wir so ein bisschen mehr ab vom Schuss, sag ich mal, so Seiko passiert, sprechen wir eher seltener drüber, ich hätte noch eine Marke dabei und zwar Sinn, Sinn auch eine Marke, du hattest selber eine Sinn, wir haben letztes Jahr mit Sinn eine Limited Edition vorgestellt, Sinn ist unter den Top 10 meistbesuchten Brands bei uns auf der Website, hätte ich nicht gedacht, aber ist aktuell so, in den letzten 30 bis 60 Tagen war Sinn top besucht bei uns auf der Website und die haben, vielleicht lag es auch daran, dass sie die neue U50 Hydro vorgestellt haben, eine, ja, ich würde mal sagen, das ist eine Sinn, oder? Ja, das ist ein Sinn, wie sie im Buche steht, eben über asymmetrisches Datum gesprochen, ja, hier ist es, die asymmetrische Krone, super, super cooles Ding, generell großer Freund auch gewesen des U50 Releases damals, ja, als er kam und die ja doch echt was, sagen wir mal, wuchtige Vorgängervariante dann ergänzt hat, um ein etwas tragbares Modell für jedermann, wer auch immer da Lust drauf hatte, konnte dann in den Genuss einer, ja, waschechten Taucher-Einsatzuhr von Sinn kommen und halt jetzt mit der, mit der Hydro-Technologie ist es natürlich auch, ja, nochmal auf die nächste, auf die nächste Ebene gehoben. Ich habe mich auch nochmal zu der Uhr belesen und wenn du dann Worte hörst wie unterdrucksicher oder funktioniert zwischen minus 20 und 60 Grad und ölgefülltes Gehäuse und Tegiment-Technologie, das ist ja alles was, was es wirklich fast einfach exklusiv nur bei Sinn gibt und was halt einfach zeigt, die Jungs und Mädels aus Frankfurt, die bauen einfach Uhren wirklich mit denen, da kannst du die Apokalypse mit überleben, mit einem Sinnzeitmesser am Arm, absolut genial und auch jetzt der Release gefällt mir richtig gut. Hydro-Technologie, für die, die es vielleicht nicht wissen, ist das Einfüllen von Öl, also einem Spezialöl in das Gehäuse, sodass das ganze Gehäuse, das Ziffernblatt, die Zeiger und auch das Uhrwerk alles von Öl umfasst ist, das liegt natürlich dann auf der Hand, dass das kein mechanisches Uhrwerk ist, sondern dass es sich hierbei um Quarzuhren handelt, kommt, kam daher, das hatte Sinn entwickelt, auf Anfrage der GSG 9, die dann teilweise für ihre Taucheinsätze eine Uhr gebraucht haben, die unter Wasser keine Spiegelung hat, weil manchmal, wenn du, je nachdem, in welchem Winkel du bist, hast du dann unter Wasser eine Spiegelung und dank dieses Öls da drin ist das nicht der Fall, hast du eben keine Spiegelung, kannst aus jedem Winkel, kannst du die Uhr gut ablesen, sehr, sehr spannende Technologie, gibt es sonst, glaube ich, nirgendwo und natürlich brauchst du da auch ein spezielles Uhrwerk drin mit dem Quarzwerk, das ist dann eben mit dem Widerstand des Öls, durch das es durch, es muss ja nicht nur durch Luft durch, sondern durch eben Öl, eine sehr, sehr coole Technologie, Tegiment-Technologie, auch was super Spannendes, wo du, haben sie mir damals in Frankfurt gezeigt, dass du sagst, hey, hier, nimm doch mal diesen Schraubenzieher und ratsch doch mal über die Lunette drüber, ich so, ey Leute, das kann ich nicht machen, nee, nee, keine Sorge, die hat Tegiment-Technologie drauf, alles klar, zack und passiert einfach nichts, das ist schon, das ist schon sehr, sehr cool, das ist Erlebnis, Uhren-Erlebnis-Welt, würde ich es einfach mal nennen und ich, ja, ich bin ein großer Sinnfreund und wir bei Alter sowieso und ihr ja offensichtlich auch, wenn ihr regelmäßig auf unsere Sinn-Seite kommt. Auf jeden Fall, es ist so völlig außer, aus der Norm, völlig über den Tellerrand geguckt bei Sinn und das ist, glaube ich, was, was die Leute auch echt zu schätzen wissen. Yes, was ist dir noch dieses Jahr aufgefallen, was hast du noch im Sekundenstopp gehabt, was wir unbedingt ansprechen müssen, was vielleicht auch den einen oder anderen Uhren-Enthusiasten da draußen begeistern wird, wo bist du, hast du noch mal ein bisschen mehr Zeit auch verbracht, weil du selber gesagt hast, ah, interessanter Release, muss ich mir mal durchlesen, die Story. Ja, das wären zwei, die mir jetzt so ad hoc einfallen und das sage ich auf jeden Fall auch vor dem Hintergrund, dass die ersten Monate des Jahres für mich echt ziemlich busy waren und ich mit Sicherheit, also mir mit Sicherheit einige durch die Lappen gegangen sind, aber was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist die Zenith Chronomaster Sport Titanium. Das ist ein richtig, richtig cooles Ding, genau, du hast sie gerade geöffnet. Ich persönlich stehe total auf den Look, ja, Titan auf Titan, also wir haben jetzt hier nicht einen Keramik-Lunetten-Inlay auf einem Edelstahl-Gehäuse, sondern es ist ja wirklich Ton in Ton, sieht super sportlich aus, finde ich, mit diesem, ja, grau-leicht-Champagner-farbenen Zifferblatt und entsprechenden Registern, finde ich, kann man hier auch überhaupt nicht mehr diesen, ja, doch sehr, sehr inzwischen ausgelutschten Daytona-Vergleich ziehen, ja, das ist jetzt wirklich was komplett Eigenständiges, auch mit der Materialwahl, verschiedene Armbänder verfügbar, hier an dem Kautschukband zu sehen, gefällt mir total gut und, was ich wirklich sagen muss, ein Kritikpunkt der Chronomaster-Sport war ja stets, dass sie sich sehr, sehr kopflastig trägt, die ist eine hohe Uhr, ja, entsprechend auch halt ein bisschen schwerer und jetzt halt komplett aus Titan dürfte das komplett ausbügeln und genau das Bild, was du gerade da offen hast mit dem Pullover-Ärmel, ich finde, die sieht einfach unglaublich gut aus, sehr understated, eine schicke Uhr und, ja, für besondere Materialien kann man mich ja sowieso immer begeistern, hat man vielleicht gerade eben schon gehört, als wir über Sinn gesprochen haben und jetzt hier in Voll-Titan einen Zeni-Chronograph mit einem Al Primero-Uhrwerk, das finde ich schon eine ganz, ganz feine Sache. I like Titan gefällt mir auch gut im Alltag, im Look und auch hier, was mir gut gefällt, ist, dass die, auch wenn Trikulore mit den verschiedenen abgesetzten Farben, ich glaube, einmal Silber, Grau und Blau ist es ja normalerweise, hier in diesem Weiß-Grau und Dunkelgrau oder Anthrazit oder wie sie auch immer heißen, mehr Ton in Ton bin ich bei dir, fällt ein bisschen weniger auf, sieht ein bisschen sportlicher aus und ich persönlich bin jemand, der mag Sportlichkeit, für mich müsste das wahrscheinlich hier Black in Black sein, damit es irgendwie in meine Sammlung passt, aber ich finde trotzdem, dass das sehr, sehr gelungen ist und bin gespannt, die Uhr auch am Handgelenk zu haben, wenn wir auf der Watches in Wonder sind in einem Monat und hier nochmal ein Hands-on zu teilen. Ich glaube auch, Material ist der Way to go, nicht nur weitere Ziffernblattfarben, das finde ich, das okay, aber weitere Materialien, da muss, auch wenn Zenit diese Kollektion weiterentwickeln möchte, dann müssen da Kracher kommen und das hier, da bin ich bei dir, ist ein Kracher plus am Kautschukband sowieso, das bin ich eh mein Freund von, yes. Gefällt mir. Und was war die zweite? Gut, bitte? Und die zweite, die dir noch hängen geblieben ist? Ja, ich muss sagen, inzwischen verliere ich mich ja hier so ein klein bisschen in Widersprüchen, weil ich ja immer zeitens meines Bestehens hier bei Alter betont habe, dass ich nicht so der Chronographentyp bin und jetzt rede ich eigentlich von der Speedy über die Zenit-Chronovaster, eigentlich nur über Chronographen und auch die nächste Uhr, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Chronograph und zwar aus dem Hause Tissot, wirklich ein super cooler Release, die neue PR 516 Chronographen-Kollektion, super cool, ja auch wieder da, muss ich einfach sagen, Swatch Group weiß einfach, wie man Uhren an den Mann, Uhren an die Frau bekommt, drei verschiedene Varianten, zwei davon in Quarz und für die Leute, die Bock haben auf Mechanik, halt eine mechanische Variante, super geiles Layout von der Lünette bis zum Zifferblatt, Farbakzente, Sportlichkeit, super gute Dimensionen, offener Gehäuseboden, gar nicht mal ein unansehliches Uhrwerk, also da ist wirklich alles dabei und auch da natürlich wieder mit einer guten Portion Heritage, inspirieren sich an Chronographen aus den 70er Jahren, aus dem eigenen Hause, erstmalig ja vorgestellt 1965 und ja, jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl, geht es um sportliche Chronographen im Einsteigersegment, mir gefällt auch das Gehäuse total gut, du hast es hier gerade ein sehr, sehr schönes Bild aufgemacht, das hat so ein bisschen Monoblock-Anleihe, es ist auch wirklich sehr, sehr, ja, sehr viel Retro-Charme, tolles Ding und ja, was denkst du darüber? Also das hier ist jetzt das Vorgängermodell aus den 70ern, also ich finde auch, dass sie das sehr, sehr gut aufgegriffen haben, die Farbwahl, der Johannes macht, er hat diese Woche das Video dazu gemacht, also wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist das Video auch schon draußen auf dem YouTube-Kanal, schaut es euch gerne an, ich glaube auch, dass gerade unter 2000 Euro, muss man mal ganz ehrlich sagen, der PRX-Chrono, zu dem übrigens gerade ein kleines Gewinnspiel auf Instagram läuft, schaut da gerne auf Instagram vorbei, falls ihr ein PRX-Chrono gewinnen wollt, aber der, ich glaube neben dem PRX-Chrono, der, ich sag mal, nicht als Chronograph ursprünglich geplant war, sondern das ist einfach die PRX und dann packen wir da eine Chrono-Funktion rein, das hier ist einfach ein Chronograph vom Design-Board entwickelt und sehr, sehr cool. Was mich super gecatcht hat direkt von Anfang an, ist die Lunette, dass du hier sowohl das Pulsometer als auch das Tachimeter drauf hast, wo ich sage, das ergibt total Sinn, weil kein Mensch braucht das Tachimeter, also wahrscheinlich schon mit 220 Sachen, ja, wenn man richtig hart im Racing unterwegs ist, dann bist du da schon, keine Ahnung, bei 300 Kilometer pro Stunde, aber ich weiß nicht, ob du bei 300 Kilometer pro Stunde noch deinen Tachimeter ablässt und deinen Chronographen betätst, wobei das ja sowieso meistens der Co-Pilot macht, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde es trotzdem cool, dass du hier beides hast und ich sage mal, für den Otto-Normalverbraucher, der wahrscheinlich mit solchen Durchschnittsgeschwindigkeiten unter 220 unterwegs ist, ist das völlig fein. Ich meine, das muss man ganz klar sagen, diese Tachimeter-Skala über 150 ergibt eigentlich nur in Deutschland Sinn, sonst irgendwo auf der Welt. Ja, das stimmt. Und wer weiß, und wer weiß, wie lange noch auch in Deutschland. Yes, yes. Genau. Aber super schöne Uhr und ich finde es gut. Also, wenn du sagst, Chronographen im Einstiegssegment, wer ist da noch? Ich weiß, Hamilton hat da eine Kaki Field Mechanical Chrono gebracht im letzten Jahr, meine ich, oder im vorletzten Jahr vielleicht sogar schon. Was fällt dir da noch ein? Wo bist du unter 2000 Euro mit einem mechanischen Chrono unterwegs? Ja, also ich hätte jetzt auf jeden Fall auch den PRX-Chrono gesagt. Junghans ist ein guter Ansprechpartner, ungefähr auch Roundabout in dem Preissegment, aber auch, wenn man halt sagt, man hat zum Beispiel Bock auf eine Marke mit einem renommierten Namen und man stört sich nicht an einem Quarzwerk, dann wäre zum Beispiel auch der Tag heuer Formula One Chronograph eine Uhr, die man auf jeden Fall in Betracht ziehen kann. Ist ja auch eine Uhr, die ich persönlich in der Sammlung habe als solche. Ja, stimmt. Und das, ja, wie du schon sagst, ich finde, die Leute, die Leute, klingt so allgemein, aber man hört ab und an, ja, ist halt ein Chronograph, weil es halt einfach so eine omnipräsente Komplikation ist, aber man macht sich halt, glaube ich, gar keinen Begriff davon häufig, dass halt kaum eine Komplikation so aufwendig ist wie halt ein Chronographen-Kaliber und die Tatsache, dass es halt eben die beliebteste Komplikation überhaupt ist, hat halt natürlich dazu geführt, dass Prozesse in der Hinsicht optimiert wurden. Es gibt Chronographen-Kaliber, die im Prinzip aus Modulen bestehen, wo auf ein normales Uhrwerk dann ein Chronographen-Modul draufgebaut wird oder wir haben, ja, sehr, sehr alt eingesessene Chronographen-Kaliber, ich denke da an das 7750 zum Beispiel, ja, was halt einfach in tausend und einer Ausführung in mindestens genauso vielen Uhren halt schlägt, leicht modifiziert, also die Verfügbarkeit von Chronographen-Kalibern macht es natürlich so omnipräsent, aber per se ist das eine höchst aufwendige Komplikation, was man ja manchmal vergisst, weil man denkt ja, das, was es halt viel gibt, das kann ja schon nicht so schwierig sein. Dabei ist der Chronograph häufig da, finde ich, in seiner Komplexität doch arg unterschätzt und in so einen trotzdem anzubieten in so einem Preissegment mechanischen Chronographen finde ich auf jeden Fall beachtenswert und darum wollte ich der Uhr so ein kleines bisschen Spotlight geben. Finde ich super. Welche Uhrenmarken bekommen denn jetzt in einem Monat dein Spotlight? Wo schaust du ganz genau drauf? Wo freust du dich am meisten drauf und wo hoffst du, dass wenn wir das Follow-up machen nach der Watches & Wonders, können wir begeistert über die Uhren sprechen? Also ich muss sagen, ich habe eigentlich jedes Mal Tudor im Blick. Tudor ist so auch die Marke, auf die ich mich am meisten freue. Man hat natürlich auch immer, selbst ob man jetzt die Marke mag, nicht mag, ob man sie als Konstitutionär führt oder nicht führt, hat man natürlich auch immer so ein Auge auf Rolex, weil man natürlich so denkt, was machen die? Kommt da was? Aber wo man sich halt immer und man weiß halt am Ende nie, wie man zurückgelassen wird, weil nachher heißt es, oh, es gibt was Neues, neue Uhr und dann ist es vielleicht einen Millimeter größer oder kleiner oder eine Zifferblattfarbe mehr oder weniger, was ja völlig fein ist. Aber bei Tudor ist es halt wirklich immer eine Wundertüte. Du weißt nicht, womit die um die Ecke kommen. Kommen sie mit einem super ausgefallenen Material daher, bringen sie eine völlig wilde Uhr, wie halt damals die, wie heißt die, P90, dieses, was halt aus diesem Prototypen-Modell hervorgegangen ist, mit dieser Lünettensicherung, was halt wirklich absolut unglaublich aussieht, wo ich noch niemanden getroffen habe, der diese Uhr überhaupt besitzt, oder dann kommt sowas wie die Black Bay 55, die revolutionäre Black Bay 58 oder sie statten dann die Black Bay Kollektion mit Manufakturkalibern aus oder es sind halt einfach bei Tudor von bis ist eigentlich immer alles dabei und deswegen freue ich mich auf Tudor eigentlich schon jedes Jahr am meisten. Ich freue mich dieses Jahr auch auf Nomos. Nomos ist das erste Mal bei der Watches & Wonders dabei, die waren aber auch schon zuvor in Basel und so habe ich jetzt gehört auch dabei, da war ich leider selber nie, aber ich glaube, da können wir was erwarten und Nomos hat auch gerade gutes Momentum, merken wir zumindest bei unserer Kundschaft. Die liefern gut aus und hauen auch tolle Modelle raus. Das macht glaube ich Spaß. Cartier freue ich mich drauf, IWZ hat immer einen grandiosen Stand. Das wird auch spannend zu sehen, was da so kommt. Ich war natürlich auch nie direkt vor Ort. Ich habe deswegen so, ich kann ja immer nur quasi vom Bildschirm beurteilen, welche Uhr mir dann im Rendering gut gefällt, aber ich glaube, wenn man da vor Ort ist und die Möglichkeit hat, dann auch die Stände zu sehen, mit dem Personal zu reden, die Uhren in die Hand zu nehmen, das vermittelt dann natürlich nochmal einen ganz anderen Flair. Das stimmt natürlich. Wir werden, das habe ich glaube ich so noch nie erzählt, wir werden während der Watches & Wonders jeden Abend live gehen. Wir machen jeden Abend Livestream und haben auch schon ein ganz klares Programm, weil wir ja tagsüber dann, Dienstags geht es los und dann wir sind bis Freitag da, Freitagabend fahren wir wieder zurück. Da wird das live leider ausfallen, aber wir werden in der Woche jeden Abend streamen und werden uns dann in den Markenfokus zurechtlegen während dieser Woche. Ich weiß ja nicht, ob das bei dir zeitlich passt, aber 9.10.11., das wären die drei Abende, an denen wir streamen, wenn du da zeitlich abends irgendwo Zeit findest, wahrscheinlich so um die 8 Uhr, halb 8, 8 oder so, werden wir da unsere Streams machen mit einem kleinen Markenfokus, sodass wir jeden Abend den Roundup haben und sagen, ey, wir waren heute bei der Marke, hier sind die Videos, hier sind die Bilder, das sind unsere Eindrücke, das müsst ihr wissen, dass wir da, ja, ganz konzentrierte Sessions machen und jeder Marke auch den Platz geben, den sie verdient hat. Weil wenn wir eine Session machen, wo wir alle Marken besprechen, dann springt das so ein bisschen in den Rahmen. Wenn wir es aber konzentriert machen, wie im Live, 45 Minuten, 60 Minuten, Fokus auf ein Thema oder maximal zwei Marken, dann macht das Spaß und kannst du schon mal eintragen, vielleicht passt es ja, dich dann als Gast da dabei zu haben. Wenn es sich ergibt, sehr gerne, ja. Sehr, sehr gerne. Cool. Du, ansonsten, ich glaube, wir haben viel gehabt. Nochmal der Hinweis, tragt euch das Lesezeichen ein, markiert euch die Sekundenstopp-Seite, dann lest ihr Severins Worte und vielleicht noch ein kleiner Einblick in deine Agenda jetzt. Wann geht es los im Job? Es ist ein bisschen, wie das so häufig ist in Deutschland, davon abhängig, wie schnell die Behörden arbeiten, aber entweder am 1.4. oder sonst in der 2. April-Hälfte. Ich habe meine Unterlagen gerade alle bei der Anerkennungsbehörde und ich warte eigentlich nur darauf, dass meine ärztliche Approbation in meinem Briefkasten landet. Vertrag ist schon unterschrieben mit dem Krankenhaus und dann kann es losgehen mit Vollgas. Welches Krankenhaus, das wird dann in Siegburg sein? Ja, ganz genau. Für diejenigen, die nicht aus NRW sind, das ist zwischen Köln und Bonn. Ein kleines, privat getragenes Krankenhaus, aber bietet mir all das, was ich mir so wünsche von meiner ersten Arbeitsstelle. Dann wünsche ich mir, dass das in der 2. April-Hälfte passiert, sodass du dann in der 1. Woche da ein bisschen Zeit hast oder in der 2. Woche ein bisschen Zeit hast. Und falls nicht, dann da schon mal einen guten Start, wenn wir uns nicht sprechen. Danke euch fürs Zuhören. Wie gesagt, abonniert gern den Kanal hier auf YouTube oder auf Spotify, je nachdem, wo ihr gerade einschaltet. Lasst auf jeden Fall ein Review hier und einen Kommentar, welcher Release hat euch am besten gefallen. Und ja, like das Video, um dem Severin zu zeigen, dass er immer noch herzlich willkommen ist in der Alther Community und auch hier im Alther Podcast. Danke dir für die Zeit, Severin. Und ich würde sagen, wir sprechen uns beim nächsten Mal. Alles klar. Ich danke dir auch. Danke fürs Zuhören, Leute. Und weil Benedikt gerade die Kommentarsektion erwähnt hat, ihr habt auch auf der Alther Website unter dem Sekundenstopp-Livestream eine Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Haben schon einige gemacht. Ich antworte da gerne drauf und da können wir auch dort im Austausch bleiben. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und danke dir, Benedikt, fürs Hosten. Jawohl. Ciao.